Guten Tag, ich hätte gern zwei helle Brötchen. Wie viel kostet eins? Ein helles Brötchen kostet 10 Cent. Echt? Das ist billig. Ja, die hellen Brötchen sind heute im Angebot. Dann nehme ich acht davon. Also, acht Brötchen. Ist das alles? Hm, die Sahnetorte sieht auch lecker aus. Wie viel kostet ein Stück? Ein Stück Torte kostet drei Euro. Hm, drei Euro für ein Stück? Das ist teuer. Das ist der normale Preis. Aber die Torte ist wirklich sehr lecker. Ich verstehe. Dann nehme ich noch ein Stück von der Torte. Das macht dann 80 Cent für die Brötchen und drei Euro für das Stück Torte. Also, drei Euro 80, bitte. Bitteschön. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Danke. Tschüss.